Das Ganze realisiert, drei Navigier, vernetzt, gegen die Stationen, an der Anwendungsstation des Fahrzeugs, das sich hier auf jeden 60 km dreht, kann eine Gerastung ausgeben und auch ein Einbau, die wir auch bei den Stuttgart haben, da wir auch bei den Zaun die größten Fahrzeuge für 3,5 Kilometer. Das Ganze realisiert, das Ganze realisiert,